Weiß und unschuldig und das neue CO2-Wunder von Ford. Der neue Cougar in der dritten Generation. Nicht nur größer, sondern auch fokussierter auf weiteren Erfolg in der boomenden SUV-Kompaktklasse. Größten Anteil dabei sollen die neuen Antriebe haben. Ab jetzt klappt es auch mit dem Stecker bei Ford. Das hier ist neu und eine echte Premiere bei Ford zumindest. Denn den neuen Cougar gibt's als Plug-in-Hybrid. Und ich schau mir heute an, ob das der perfekte Antrieb ist fürs SUV. Der Antrieb, zweieinhalb Liter Vierzylinder, E-Motor und 14,4 Kilowattstunden große Batterie. Ja, das klingt auch schon ganz gut von den Zutaten. Mal sehen, wie er sich fährt. 100 Kilometer will ich fahren, um mal rauszufinden, wie viel verbraucht er denn in der Realität. Der Akku ist nicht ganz vollgeladen, so bei 80 Prozent. Zeigt mir 36 Kilometer elektrische Reichweite an und der Tank ist halb gefüllt. Gesamtreichweite 238 Kilometer. Neben den vier E-Modi gibt es auch noch fünf Fahrmodi. Ja, also hier hat man die Qual der Wahl. Ich bleib einfach im Normalmodus, im Auto E-Antrieb. Ich glaube, das ist so das typische Fahrprofil, was man als Alltagsnutzer mit dem Auto auch fahren wird. Ich habe jetzt bewusst die Batterien nicht komplett vollgeladen, sondern gehe davon aus, dass man schon so ein bisschen unterwegs ist. 1,4 Liter soll der Kuga verbrauchen. Also, wir starten hier auf der Hausstrecke von Matthias Meime. Wer das RS6 Video von ihm kennt, weiß, dass er da auf der Straße hier gemacht hat. Ich weiß nicht, ob der da nicht das ein oder andere Mal ein bisschen schneller war als erlaubt. Aber egal. Schöne Grüße an Matthias. Die Fahrleistung eines RS6 erreicht der Kuga nicht. Trotzdem harmoniert der Motor mit dem Kompakt-SUV. Kommen wir mal zum Motor. Und zwar ist hier vorne kein Downsizing-Turbomotörchen drin, sondern ein 2,5 Liter Sauger mit 152 PS. Das klingt erstmal ganz gut. Und da fragt man sich, 2,5 Liter Sauger, was ist denn das für eine Besonderheit? Ja, die Besonderheit heißt in dem Fall Atkinson-Zyklus. Dank spezieller Ventilsteuerung erfolgt eine höhere Ausnutzung der Verbrennungsenergie. Das Ergebnis weniger Schadstoffe. Der E-Motor hat 131 PS. Systemleistung sind 225 PS. CVT-Getriebe, 2,5 Liter Atkinson-Zyklusmotor. Da kommt mir ein Auto ins Gedächtnis. Und das bin ich schon gefahren. Der Toyota RAV4 setzt auch auf diese Zutaten. Noch gibt es ihn nicht in der Plug-In-Variante. Anders als im Kuga. Eine Sache gibt es, und das merkt man total, ist das Thema Gewicht. Denn der Plug-In-Hybrid wiegt 300 Kilo mehr als der 1,5 Liter Ecoboost Kuga. Und 300 Kilo, das ist eine ganze Menge. Über 1,8 Tonnen wiegt der Kuga jetzt hier. Mit mir drin nochmal so 90 Kilo mehr. Also das ist echt eine Hausnummer. Noch mal ein bisschen durchbeschleunigen. Ja, dann wird der Motor ein bisschen lauter. Das ist aber auch völlig okay. Weil, ganz ehrlich, das ist nicht das Auto, mit dem man extrem sportlich fährt. Vom Land geht's in die Stadt. Das ist wirklich das allerangenehmste. Hier so eine kleine Dorfstraße. Und man fährt hier quasi lautlos durch. Also das ist einfach angenehm. Was man allerdings merkt, ist hier auf diesen Querfugen und den Kanaldeckeln. Das Fahrwerk ist doch sehr straff. Raus aus dem Ort. Und hier kann man nochmal checken, wie denn das Fahrwerk ist. Also Ford ist ja bekannt für sehr, sehr gute Fahrwerke. Ich finde, das hier ist schon sehr, sehr straff. Er bügelt so die kleinen Unnehme halt gut weg. Aber man merkt einfach, dass dieses Auto 1,8 Tonnen wiegt. Und auch in so Kurven, die man vielleicht mal ein bisschen zügiger angeht. Die Masse schiebt halt. 45.800 Euro ist der Grundpreis für die höchste Ausstattungslinie, kombiniert mit dem Plug-In-Antrieb. Los gehen die Preise für den Kuga bei 26.550 Euro. Eine Sache gibt es. Und zwar verspricht Ford mehr Platz auf allen Plätzen. Im gesamten Innenraum. Denn der Kuga in der dritten Generation ist ja im Verhältnis zum Vorgänger deutlich größer geworden. Ich schaue mir das mal an. Und dazu halte ich an. Eine Sache gibt es aber schon. Und zwar ist es dieser Fahrersitz. Und hier fehlt mir eindeutig Auflagefläche für die Beine. Also das ist zu kurz. Zumindest für meine Größe. Kurzer Check vom Innenraum. Und das Erste, was auffällt, der Wagen ist weniger zerklüftet im Gegensatz zum Vorgänger. Und das liegt unter anderem daran, dass hier dieser Automatikwellhebel jetzt so ein Drehrad ist und diese klassische Handbremse weggefallen ist. Gibt nur noch dieses kleine Hebelchen. Ansonsten sehr aufgeräumt, sehr clean. Entscheidend ist aber, wie viel mehr Platz habe ich denn den Ford verspricht? Das Auto ist größer und breiter geworden. Check auf der zweiten Reihe. Und ja, Ford-typisch. Hier gibt es so einen Kantenschutz. Das finde ich immer ganz gut. Ich nehme Platz in der zweiten Reihe und muss sagen, hier ist einfach mehr Platz als im Vorgänger. Meine Eltern fahren das Vorgängermodell und da bin ich ein paar Mal hinten mitgefahren. Und das war doch sehr, sehr eng. Man kann es sich auch noch enger machen, denn die Rückbank ist verschiebbar. Das dient natürlich nicht der mangelnden Kniefreiheit jetzt hier, sondern damit kann ich mehr Kofferraumvolumen erzeugen. Und es gibt hier noch ein kleines Hebelchen. Damit kann ich die Lehne-Neigung einstellen. Also von Folterstuhl bis zu Lounge-Möbel ist alles dabei. Wie viel Platz habe ich denn auf dem Kofferraum? Und da genügt ein Kick. Und die Klappe geht auf. Elektrisch in dem Fall. 411 Liter hat die Plug-in-Hybrid-Variante etwas weniger als die normalen. 476 Kilo ist die Zuladung insgesamt. Hier gibt es einen doppelten Ladeboden. Hier sind jetzt die Kabel drin. Apropos Kabel. Wir wollen ja rausfinden, bzw. ich will rausfinden, wie viel verbraucht er denn am Ende auf 100 Kilometern. Weiter geht's. Apropos Verbrauch. Ist die Batterie leer, kann sie in 6 Stunden an der Haushaltssteckdose vollgeladen werden. Dann geht's jetzt auf die Autobahn. Das gehört natürlich zu so einem schönen Drittel-Mix dazu. So 30 Kilometer mal ein bisschen schneller fahren und das bei konstanter Geschwindigkeit. Akku ist einfach bei 0 Kilometer. Und der Verbrauch steigt. Langsam, aber sicher. Ist jetzt bei 1,7 Liter im Durchschnitt. Also immer noch sehr gering. Was mir enorm gut hier am Kuga gefällt, am Plug-in-Hybrid-Kuga, ist die Tatsache, wie problemlos dieser Antrieb funktioniert. Also ich habe mich auch bewusst dafür entschieden, das Auto alles machen zu lassen, den auch im Normalmodus zu fahren. Nicht Eco, nicht Sport. Um einfach mal zu schauen, wie er sich denn verhält. Und das ist wirklich, ja, ich finde es sehr, sehr gut. Also das ist einfach was, da kommt jeder direkt zurecht. Und das Einzige, was man machen muss, ist einfach einen Stecker ins Auto stecken, damit er über Nacht laden kann. Also das ist wirklich, wirklich easy. Jetzt heißt es auch schon wieder abbremsen und die letzten vier Kilometer. Das wird eine 2 vorne. Das ist ja mega geil. Also hätte ich heute Morgen echt nicht gedacht. 100 Kilometer Stadt-Land-Autobahn sind absolviert. Wie viel habe ich denn jetzt am Ende verbraucht? Und 2,6 Liter sind es geworden. 100 Kilometer bin ich gefahren, davon 75 laut Bordcomputer rein elektrisch. Was ich ganz spannend finde, als ich losgefahren bin, hatte ich eine Restreichweite von 238 Kilometern. Jetzt zum Schluss 246 Kilometern. Das heißt, ich habe irgendwo 108 Kilometer Restreichweite dazugewonnen. Also finde ich gut. Das ist das Fazit zum Motor. Und jetzt nochmal zum Auto explizit. Ich finde das Upgrade, nein, die neue Version vom Kuga, dritte Generation, ist richtig gelungen. Der Mehrplatz tut spürbar gut, auch in der zweiten Reihe. Den Antrieb würde ich unbedingt empfehlen. Einziges Manko ist, der hat seinen Preis. Und jetzt noch ein Stück Lektor. Gnmusein. Bye. Bye.